Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem originalen Lego Speed Champion und zwar der 1970er Ferrari 512M. In echt einfach ein absolut geiles Auto und dementsprechend haben wir ja natürlich auch die ein oder andere Erwartung an das Set. Ich habe euch hier auf dem Kanal schon mal den Toyota GH Supra vorgestellt als Speed Champion und der hatte ja ein, zwei kleine Fehleuchchen, über die man sich aufregen konnte. Aber ansonsten war es wirklich ein Set, mit dem ich sehr viel Freude hatte. Man muss aber auch sagen, den GH Jahres habe ich damals für 12,99 Euro auch bei Amazon im Angebot bekommen. Bei diesem hier reden wir, wie immer bei Speed Champions, um die circa 20 Euro OVP und wenn man es dann günstig kriegt, mal 17 Euro ungefähr. Ich habe jetzt 16,99 dafür bezahlt, unter 15 wird auf jeden Fall schwierig. Wenn wir uns jetzt das Ganze hier anschauen, haben wir natürlich die Ferrari Logos, haben hier oben nochmal so eine 1 zu 1 Übersicht von den Felgen und den Reifen, haben nochmal Lego Speed Champions dastehen, wie man das von Lego nun mal so kennt. Auf der Rückseite der Box haben wir nochmal das echte Vorbild, wie gesagt, ein absolut geiles Auto und eben zwei Bilder von dem Set dazu. Ich finde, so macht das Set auf jeden Fall schon mal Freude, aber wir werden es dann wirklich sehen, erst wenn wir es gebaut haben. Auf der Seite haben wir nochmal was sehr Wichtiges und zwar diesen Aufkleber, das ist eben von Ferrari ein offiziell lizenziertes Produkt ist, wo man dann natürlich mit einem gewissen Aufpreis auch immer mal mitgeht. Ansonsten ist das hier die Set Nummer 76906 und ist ab 8 Plus geeignet laut Lego. Ich würde aber sagen, wir haben uns die Packung schon wieder zur Genüge angeschaut. Ich werde jetzt das Ganze aufmachen und dann schauen wir uns doch mal zusammen wieder die Teiletüten und die Anleitung an. Also zuallererst fällt mal auf, es sieht vom Teileumfang doch relativ luftig in der Box aus. Ich will aber jetzt gar nicht mal drüber meckern, es ist halt eine Standardboxgröße. Die ist so für den Handel gemacht. Ich habe auch schon Speed Champions Boxen gehabt, die waren besser gefüllt. Das ist nun mal hier standardmäßig so. Ansonsten haben wir hier zwei Teiletüten. Einmal eben diese Teiletüte 1 und Teiletüte 2. Also werden wir wieder zwei Bauabschnitte haben. Was noch drin ist, leider bei Speed Champions immer noch sehr üblich von Lego, dieser Stickerbogen hier. Und das ist halt wirklich sehr schade, weil wenn wir mal ehrlich sind, es ist ein Display-Set und kein Spiel-Set. Da gehören Prints drauf. Und für den Preis hätte man es auch als Prints machen können. Man weiß es mittlerweile, wenn man jetzt so ein Speed Champions Set kauft, dass da leider das meiste, beziehungsweise in diesem Fall wahrscheinlich wieder alles mit Stickern dabei ist. Aber das ist schon wirklich schade, weil das macht doch gerade diese Ferrari-Lizenz aus. Und da muss ich halt immer wieder sagen, nein Leute, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber man kauft sich dieses Set nicht zum Ausschlachten. Ansonsten haben wir hier vorne natürlich nochmal auf der Anleitung ein Bild von dem Ferrari. Die Anleitung ist natürlich hochwertig, ist mal wieder sehr dick, aber gut, das kennen wir so von Lego. Ansonsten wird die wahrscheinlich wieder sehr einfach sein. Hier haben wir wieder die Übersicht, was man im ersten Bauabschnitt und im zweiten Bauabschnitt baut. Insgesamt kennen wir natürlich die Lego-Bauanleitungen. Ich meine, wir haben hier auf eine wirklich kleine Teileanzahl 103 Bauschritte. Auf 100 Seiten, beziehungsweise 101 Seiten, wenn man dieses Das-Auto-ist-Fertig-Bild nochmal mit dazu zählt. Und dann haben wir nochmal auf der Seite 102 und 103 die Teilliste, die ihr euch natürlich gerne reinziehen könnt, wenn euch das Ganze interessiert. Und auf der Rückseite haben wir es wie bei Lego gewohnt, nochmal dieses Produkt-Feedback, wo man nochmal ein Set gewinnen kann. Ja, ja, wir kennen es mittlerweile alle. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich fange jetzt an zu bauen und dann sehen wir uns gleich nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und noch ein kleiner Side-Fact. Nein, das ist keine Überbelichtung von mir. Das sieht wirklich auf der Anleitung leider so schlecht aus. Also das ist bildmäßig, genauso wie auf der Box, da ist ja dasselbe Bild drauf, meines Erachtens nicht so schön gelungen. Und fertig sind wir tatsächlich schon mit Bauschritt Nummer 49 und das ist quasi nach dem ersten Bauabschnitt. Und wenn wir uns das anschauen, wir haben hier schon ordentlich was geschafft. Wir haben jetzt hier die Reifenaufnahmen schon gebaut, hier drin das Cockpit und auch schon die Heckpartie haben wir einigermaßen schön gestaltet. Ich hatte bisher wirklich sehr viel Spaß beim Bau und auch wirklich ein paar Pautechniken dabei, die ich cool fand. Wie zum Beispiel hier hinten die Auspüffe befestigt werden. Ist wirklich sehr gut, weil die stehen hier wirklich weit ab, aber trotzdem sind die fest und würden nie abfallen. Auch ist die Steinequalität natürlich wieder super gut. Vom Baugefühl, wir kennen es, es ist eben Lego. Aber auch von der Farbtreue ist das hier wirklich sehr, sehr gut. Das sind tolle Steine und das sind sogar noch bessere Steine, als ich es manchmal von Lego gewöhnt bin. Obwohl natürlich Lego sonst trotzdem schon im Maßstab ist. Es gibt nur ein was mal wieder zu meckern. Und ihr kennt das Thema, aber ich möchte es trotzdem ansprechen. Und zwar habe ich bei diesem Set die Sticker mal wieder mit aufgeklebt. Einfach aus dem Grund, weil ich euch das genau wie bei diesem Supra hier zeigen möchte, warum die Sticker hier manchmal fehl am Blatt sind. Wir haben es ja bei dem Supra bei den Scheinwerfern gehabt. Und ein ähnliches Problem wie bei den Scheinwerfern haben wir hier eben auch. Diese Sticker sind zugegebenermaßen vielleicht auch nicht perfekt geklebt. Aber egal wie man sie klebt, man wird es nicht schaffen, dass hier wirklich durchgängig dieser weiße Streifen ist. Entweder wird er hier zu früh aufhören, hier zu früh aufhören oder man hat eben auch so einen Spalt hier in der Mitte. Ich muss generell zu den Stickern trotzdem sagen, gerade das Rot ist nicht eins zu eins dasselbe, aber ganz gut getroffen. Das fällt jetzt nicht sofort auf, dass es Sticker sind. Aber wenn wir hier solche Stellen bedruckt hätten, dann müsste man sich keine Gedanken machen, wie man die Sticker klebt. Weil bei Stickern haben wir das Problem, die können ja nie genauso groß wie der Stein sein. Weil man es nie so ausgerichtet bekommt, dass der Stein dann wirklich eins zu eins mit dem Sticker übereinstimmt. Und dann haben wir das Problem, dass hier eben Ecken überstehen. Und das sind eben die Ecken, die sich am Ende ablösen. Um das Problem zu vermeiden, werden die Sticker eben immer etwas kleiner gemacht als die Steine. Wodurch wir aber dann dieses Problem haben, dass wir eben so einen Übergang hier nicht wirklich schön hinbekommen. Wie gesagt, ist ein ähnliches Problem wie beim Supra GR. Wenn wir das bedrucken, können wir aber die Steine vollständig bedrucken. Weil da brauchen wir keine Angst haben, dass der Sticker dann beim Aufkleben ein bisschen schief drauf kommt. Und das ist eben ein weiterer Grund, warum bei so einem Displayset die Prints auf jeden Fall besser wären als die Sticker. Auch hat man dann eben das Problem nicht, dass die Sticker farblich von den Steinen abweichen. Wie gesagt, hier ist es wirklich gut getroffen. Aber es gab eben auch schon Lego-Sets und auch von anderen Herstellern, wo die Sticker dann einfach eine ganz andere Farbe haben als der Stein drunter. Beziehungsweise in einem ganz anderen Farbton. Und dann sieht es halt nicht gut aus. Und das ist halt wirklich schade, weil das, was hier Ferrari symbolisiert und gerade diesen Ferrari symbolisiert optisch, ist halt zu Großteilen mit Stickern gelöst. Das heißt, wenn man hier diesen Ferrari haben möchte in dem Look, muss man die Sticker aufkleben. Anders geht es gar nicht. Und dann haben wir eben wieder diese Probleme, über die wir gerade gesprochen haben. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr schade, weil der Bau ansonsten hier wirklich Spitzenklasse war und ich wirklich super viel Spaß hatte. Und bis jetzt keinem Cent, den ich für das Set ausgegeben habe, hinterher geweint habe. Obwohl es eben trotzdem natürlich nicht der Preiskracher ist. Aber das wissen wir ja bei Lego. Aber ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall das ganze Teil noch zu Ende. Und am Ende reden wir wie immer nochmal über das vollständige Set und ob es noch Schwierigkeiten gab oder keine Schwierigkeiten. Und wie immer gibt es dann eine Kaufempfehlung oder eben nicht Kaufempfehlung. Und fertig ist der 1970er Ferrari 512 M von Lego aus 291 Klemmbaustein. Und ja, man muss ja sagen, es war nicht der erfolgreichste Rennwagen von Ferrari. Aber es war einfach eine wahre Schönheit. Und genau so ist das ja auch bei diesem Set. Aber reden wir jetzt erstmal über die Funktion. Generell muss man sagen, das Ganze ist wirklich stabil und gut bespielbar. Also hier fällt nicht direkt was ab. Das kann man auch bespielen. Dementsprechend ist das schon mal eine schöne Sache. Aber trotzdem, wir sind ja ehrlich, es ist eher ein Display-Set. Cool ist aber, hier vorne dieses Cockpit können wir aufklappen. Also da bin ich schon Lego wirklich dankbar, dass sie das zum Klappen gemacht haben. Und dann kann man hier eben die Minifugum mit reinsetzen. Und die zweite Funktion, die es hat, es kann halt rollen. Wir haben natürlich keine Lenkung, aber es rollt wirklich hervorragend. Also wir kennen das schon, wir hatten das auch schon beim Supra GR vom Lego. Das ist einfach ein Rollgefühl, was man bei anderen Herstellern so gut oft nicht hinbekommt. Wir haben wirklich so gut wie keinen Widerstand hier. Also das ist schon klasse. Aber das war es halt auch schon an Funktionen. Ja, selbst der fast schon standardmäßige Schraubenschlüssel, der ja sonst bei den Speed Champions Sets dabei ist, ist dieses Mal hier nicht dabei. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben hier keine Radkappen in dem eigentlichen Sinne haben. Und der Schraubenschlüssel wird ja oft dazu genutzt, die Radkappen dann zu tauschen, wenn wir da wechselbare Radkappen haben. Aber trotzdem, das ist so ein Gimmick, was natürlich bei der Speed Champions Reihe eigentlich schon fast Standard ist. Aber man wird es auch überleben, wenn er nicht dabei ist. Und wir haben ja schon beim Supra GR über die Lego Sticker Logik gesprochen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Und wir haben hier wieder so was ähnliches dabei. Wir haben über die Sticker zur Genüge geredet. Ich lasse das Thema jetzt erstmal so gut wie es geht weg. Aber wir haben hier Prints. Wir haben das Ferrari Zeichen geprintet. Hier auf beiden Seiten. Und das Lustige ist, wir haben hier sechs Stück von diesen 1x1ern in Rot. Und alle sechs haben einen Ferrari Print. Also auf der einen Seite zeigt uns Lego, wir können sechs von den Dingern mit diesem kleinen Logo beprinten. Aber dann muss der Rest alles mit Stickern gemacht werden. Also wirklich jedes von diesen 1x1er Steinchen hat so ein Logo drauf. Natürlich ist das cool, weil man muss dann halt nicht, wenn man die 1x1er Steine mit dem Logo braucht, das direkt raussuchen. Aber wenn man ehrlich ist, aus welchen Gründen macht es Lego? Lego macht es aus Kostengründen. Da geht es wie immer nur um Einsparung. Das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt wieder die 1x1er ohne das Zeichen reinpacken, wird das Verpacken wieder teurer, als wenn wir einfach nur die 1x1er mit dem Zeichen reinstecken. Das zeigt aber mir auf der anderen Seite, wenn man diese Prints einmal entworfen hat, dass man die dann in Masse produzieren kann. Und das ist eigentlich kein großes Problem sein sollte, eben zumindest mal solche Steine hier noch mitzudrucken. Und umso schader ist es, wenn wir dann diese Stickerflut haben. Aber apropos Prints. Natürlich ist das Cockpit hier oben noch beprintet, aber die Farbe ist überhaupt nicht getroffen. Also das kommt jetzt auf der Kamera noch ein bisschen besser rüber, als es in echt aussieht. Also wir haben hier wirklich einen riesigen Farbunterschied. Das ist eher so ein Dunkelrot, der Rest ist ja eher in diesem Ferrari Rennrot. Und man muss halt sagen, das war auch mal wieder eine Sparmaßnahme von Lego. Da wurden einfach zu wenige Schichten gemacht. Dadurch sieht der Druck einfach billig aus. Und dasselbe haben wir, wie gesagt, bei den Scheinwerfern. Und das wäre eigentlich kein großes Problem gewesen, dort noch eine Schicht mehr drauf zu drucken, den Druck noch ein bisschen schöner zu machen. Aber das hätte ja wieder 2 Cent mehr gekostet in der Produktion. Das Geld, um solche Details auf der Verpackung zu verstecken, hat Lego dann aber auf einmal doch wieder. Die Minifigur habe ich euch ja schon mal ganz kurz gezeigt. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, hat die so einen schönen alten Ferrari Rennanzug an. Wir haben jetzt hier nur ein Gesicht, also kein Wendegesicht. Und auch der Helm ist leider wieder nur standardmäßig weiß, ohne jeglichen Druck und Sponsoren auf Kleber. Ansonsten ist die Brust bedruckt, die Beine sind leicht bedruckt und der Rücken ist bedruckt. Man hätte vielleicht die Arme noch bedrucken können, aber okay, das ist wieder Meckern auf einem sehr hohen Niveau. Ich meine, ansonsten kennen wir die Lego Minifiguren. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind natürlich von den Armen, den Beinen und der Kopfbeweglichkeit sehr gut. Aber ich würde sagen, reden wir mal über das Aussehen. Und das Aussehen ist meines Erachtens super, super gut getroffen. Klar, wir haben jetzt diese kleinen optischen Mängel, siehe Sticker, siehe die schlechten Prints. Aber gerade die Form ist wirklich mit teils sehr kreativen Bautechniken sehr, sehr gut gelungen, wenn wir ja auch darüber reden, dass wir hier Standard-Klemmbausteine größtenteils haben und so gut wie keine Formteile. Sehr gut gefällt mir, wie schon erwähnt, das Heck dabei und auch wirklich diese Seitenansicht gefällt mir sehr gut, was natürlich auch an der hochwertigen Optik der Lego-Steine liegt. Das einzige kleine Problem ist, wir haben einen relativ großen Kratzer in der Scheibe, den hätte man sparen können. Aber nun gut, wir wissen alle, auch diese Steine hier sind aus China weit gereist und da kommt halt der eine oder andere Kratzer leider mal drauf. Was ich natürlich bei solchen historischen Sets und vor allen Dingen historischen Rennwagen immer toll finde, ist, wenn die Startnummer, die da drauf gedruckt wird, wirklich eine Bedeutung hat. Und diese 4 hat gerade für diesen Ferrari eine große Bedeutung, weil das ist die Startnummer des Gewinners vom 9-Stunden-Rennen in Kajalami, tut mir leid, ist wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, von 1970 und das ist einer der wenigen großen Erfolge dieses Rennwagens hier gewesen. Neben dem Set haben wir noch ein paar Ersatzteile, natürlich auch für die Figur wieder hier so ein Haarteil mit dabei und ist auf jeden Fall alles in Ordnung und immer cool, wenn es dabei ist. Und abschließend lässt sich sagen, wir haben die ein oder anderen Probleme, was aber eher Lego-Probleme direkt sind, die Lego halt immer hat, über die wir jedes Mal aufs Neue sprechen und die leider so ein Set dann auch ein bisschen mit runterziehen. Die Probleme sind hier aber ein bisschen weniger ausgeprägt, weil die Qualität der Stiga ausgesprochen gut ist und dort zumindest die Farbe ganz gut getroffen wurde. Wenn das noch alles geprintet wäre, wäre das eines der Highlight-Sets schon jetzt für 2022 wahrscheinlich gewesen. Mit den paar Fehlern, über die wir jetzt gesprochen haben, ist es auf jeden Fall trotzdem noch ein sehr gutes Set. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn es auch für um die 16 bis höchstens 17 Euro kaufen könnt. Die UVP von 1999 würde ich nicht bezahlen, aber das ist ja meistens bei Lego so. Ich rechne natürlich die Preise dann aber immer inklusive Versand, also wenn ich sage für 16 Euro, dann auch für 16 Euro inklusive Versand und eben nicht für 16 Euro und dann nochmal 3 Euro Versand drauf, sondern wirklich Gesamtpreis 16 Euro und dann habt ihr damit einen sehr guten Deal gemacht. Spaß werdet ihr mit dem Set auf jeden Fall haben. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt, auch wenn es noch relativ frisch ist, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren und natürlich könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.